In einem feierlichen Akt übergab in Hamburg ein Vertreter der Militärregierung das Haus, das bis zum Jahre 1933 Eigentum der freien Gewerkschaften war, wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Oberst Amtlitz spricht. Mit den Gewerkschaften werden Büroräume vermietet zur Benutzung als Hauptgeschäftsstelle und der große Saal soll den Hamburgern zu Unterhaltungszwecken zur Verfügung stehen. Es ist angebracht, dass die Wiedergeburt demokratischer Einrichtungen in dieser Stadt durch die Auslöschung des Nazi-Abzeichens der Deutschen Arbeitsfront und der schändlichen Merkmale des NSBO gekennzeichnet werde. Möge diese Tat symbolisch für ein neues Zeitalter in dieser Stadt sein. Paul Beber, ein alter Baugewerkschafter, hat lange im Konzentrationslager auf diesen Tag gewartet. Mit meinen Hammerschlägen werde ich die Giftzeichen des Nationalsozialismus von der geistigen Waffenschmiede der Hamburger Arbeiterschaft entfernen. Möge diese symbolische Handlung mit zu der Erkenntnis beitragen, dass das Gift der Nazi-Propaganda restlos aus dem deutschen Volk beseitigt werden muss. Denn nur auf diesem Wege der Entwicklung werden wir zu einem wahrhaft freien, demokratischen Deutschland kommen. Jetzt begibt sich Paul Bebert auf das Gerüst und macht sich an die Arbeit, die eine neue Ära des deutschen Gewerkschaftslebens einleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017